Musik 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 In der ADAC Motorbooten Masters Klasse gibt es deutsche Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften. Fahrer aus zwölf verschiedenen Nationen sind bisher am Start. Die Preisgelder in einer ADAC-Saison betragen bis zu 27.500 Euro. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Für diese rasanten Rennboote mit offenem Cockpit der Klasse Formel ADAC bietet der ADAC Räntrainings für Interessenten ab 49 Euro an. Die Fahrer tragen einheitliche, professionelle Serienkleidung. Alle Interessenten ab 16 Jahren sind willkommen. Ein Motorbootführerschein ist nicht erforderlich. Die einheitlichen Rennboote sind mit einem 40 PS-Tohar zu Zweitaktmotor ausgestattet. Topspeed 110 Stundenkilometer. Den Fahrern winken über die Saison Preisgelder von bis zu 30.000 Euro. Falls jetzt das Interesse geweckt wurde, kann man sich beim ADAC in München melden. Telefon 089 743 09 303 oder im Internet unter www.adac-motorsport.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.adac-motorsport.de www.adac-motorsport.de www.adac-motorsport.de